So, hier geht es jetzt weiter mit Richard Rorty und ein kleines Wort vorab, das scheint mir nötig zu sein. Ich habe immer einen gewissen Respekt und ein gewisses Unbehagen, wenn ich über Dinge rede, die mir gar nicht so viel bedeuten, die aber anderen Menschen da draußen sehr viel bedeuten. Das ist auch bei diesem Vortrag vor allem der Fall, nämlich bezogen aufs Christentum. Also eine kurze Offenlegung, was ist der Fall? Ich bin in einer christlichen Kultur groß geworden. Natürlich hat mich das geprägt. Wie könnte es mich nicht geprägt haben? Also, was weiß ich, meine eine Ziehmutter hat mich in katholische Gottesdienste geschleppt. Ich bin in evangelischen Religionsunterricht gegangen, in katholischen Religionsunterricht gegangen. Ich bin seit vielen, vielen Jahren mit einer Frau liiert und habe mit ihr ein gemeinsames Kind, die katholische Theologie studiert hat. Ich habe für verschiedene konfessionell gebundene Arbeitgeber gearbeitet. Also natürlich bleibt da was hängen, aber ich bin halt nie damit warm geworden. Ja, also sozusagen, ich habe immer eine, das war mir möglich, eine Distanz dazu behalten. Und so lässt sich das halt sagen. Ich habe, für mich ist halt das Christentum ein Phänomen neben anderen und nicht die Offenbarung oder die Religion. Dazu sind auch sehr viel zu viele verschiedene kulturelle Einflüsse in mir zusammengeflossen. Ich habe es hier schon manchmal erzählt, meine eine Oma war Theosophin, mein einer leiblicher Vater ist orthodox. Der Vater, der mein sozialer Vater ist, der mich großgezogen hat, ist ein säkularisierter Muslim, also formell Moslem, aber seine Religion bedeutet ihm auch nichts. So, also da ist zu viel zusammengekommen. Dann bin ich im katholischen Bayern groß geworden, aber eben eher in Großstädten und die aber auch nicht nur katholisch geprägt waren, sondern teilweise auch sehr evangelisch geprägt waren. So, da ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel zusammengeflossen. Und diese verschiedenen Einflüsse haben dann bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich Philosophie studiert habe und auch Religionswissenschaften. Und spätestens da hat man dann eine gewisse Distanz zu den Dingen. Und sie sind also für einen dann eher kulturelle oder soziale Phänomene als eben etwas, was persönlich wahnsinnig, wahnsinnig bedeutsam ist. Obwohl es einen natürlich trotzdem prägt, weil die Kultur, in der man sich bewegt, prägt einen Menschen immer. Ja, so. Das also nur vorab. Ich weiß auch, dass das, was ich hier jetzt gerade so sage, ich habe einen Respekt davor oder eine gewisse Scheu davor, über Dinge zu reden, die für mich nicht bedeutsam sind, aber für andere da draußen eine ganz große Bedeutung haben, dass ich das mitnichten durchhalte. Also wenn man die Reihe meiner komischen Videos und was ich da alles komisches sage, durchgeht, dann habe ich mich x-mal völlig respektlos über die heiligen Kühe von anderen geäußert. Also was, ich nehme jetzt irgendwas. Bei mir findet zum Beispiel ein regelmäßiges Popper-Bashing statt. Karl Popper, ich halte von dem Mann rein gar nichts, aber es gibt da draußen Leute, für die ist Karl Popper ganz groß und ganz wichtig. Ja, was sollen wir damit machen? Es ist halt, wie es ist. Ich könnte darüber schweigen, aber mit dieser Freundlichkeit, die ich versuche rüberzubringen, zu sagen, ja, wenn es für dich anders ist, ist es völlig okay. Das ist ja irgendwie dann unsere Privatangelegenheit. Der eine verehrt den einen, der andere verehrt den anderen. Ich finde Paul Feierabend viel interessanter als Popper und Popper, finde ich halt, ist ein Schmalspur-Typi irgendwie, der eine viel zu große Aufmerksamkeit bekommen hat, die er einfach gar nicht verdient hat. Aber wenn ihr das anders bewertet, dann ist es halt so. Und ja, also das wird unser Leben immer beschäftigen und das wird nicht mehr weggehen. Wir müssen also, kurz gesagt, damit klarkommen, dass die heiligen Kühe der einen die Schlachtabfälle der anderen sind. Ein besseres Bild fällt mir jetzt nicht ein. Und das, oder das auch, vielleicht ist das sogar noch drastischer, dass einem anderen das völlig egal ist, was für einen wahnsinnig, wahnsinnig Bedeutung hat. Oft kann man sogar besser damit leben, dass man angefeindet wird und dass andere sagen, das ist ganz schlimm oder ganz bäh, was du da denkst und was du für ganz wichtig und ganz toll hältst, ist sogar manchmal leichter auszuhalten als völlige Gleichgültigkeit. Und wir sind aber konfrontiert heute mit einer allgemeinen Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen, die einem selber wahnsinnig bedeutsam sind. Ich meine, für mich zum Beispiel sind Autoren wie Emil Rorty oder Hans Blumberg wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Aber da kann man fragen, wie viele Leute auf dem Planeten kennen die Typen überhaupt? Ja, und von den Leuten, die sie kennen, welche, wie viele Leute geben sie diesen Stellenwert in ihrem Leben, den ich ihnen zufällig gebe? Also damit muss ich klarkommen, dass den meisten Menschen das Pille Palle ist, dass das halt für mich wichtig ist. Das ist aber für mich nicht auf einer sehr anderen Ebene, wie es gibt Leute, die lieben Austern. Und für mich sind Austern so, ach, das kann man essen. Ja, so, jo, und damit müssen wir klarkommen, ja, so, dass Leute nicht unsere affektiven Bindungen teilen. Dass, und zwar weder unsere positiven noch negativen affektiven Bindungen, also so, weder die Abscheu- und Ekelgefühle des einen sind die Abscheu- und Ekelgefühle des anderen, noch das Wow- und Hui- und Wahnsinnsgefühl des einen ist das anderen. Das haben wir, also bezogen auf Kunst können wir oft dann besser damit leben als bei anderen Dingen, wie zum Beispiel bei Glaubenssystemen oder bei Essen oder bei anderen Dingen, wo wir immer noch davon ausgehen, dass selbstverständlich alle das so bewerten, wie wir das tun. Und das ist halt heute Gaga, ja, einfach Gaga. Das lässt sich nicht durchhalten. Dafür ist die Welt zu groß, zu vielfältig. Es gibt zu viele kulturelle Traditionen in ihr. Es gibt zu viele Bücher in ihr. Es gibt zu viele Sachen, die man essen kann in ihr. Es gibt einfach zu viel von allem. Und wir müssen auswählen. Und wir wählen halt höchst unterschiedlich aus, aus kontingenten, zufälligen Aspekten unseres Lebens. Wir könnten sagen, aus den Zufällen unserer Geburt heraus. Ja, schon der genetische Zufall, wie wir so konstituiert sind. Und da gibt es halt keine großen, aber es gibt Unterschiede. Und dann gibt es halt die Zufälle der Geburt. Wer waren die eigenen Eltern? Von was war man in der Kindheit umgeben? Und je nachdem werden wir manche Dinge halt für wahnsinnig wow halten. Und andere für ist mir egal. Und andere für wie kann man nur. Und das ist halt ein Teil unseres Lebens. Und ich möchte gerne, dass wir es hinkriegen. Trotzdem, dass wir Dinge so unterschiedlich bewerten. Freundlich und respektvoll zusammenleben. Und ich halte das eben nur für realisierbar. Im Politischen, nicht im Privaten. Das ist so die Besonderheit bei mir. Dass ich das outsource ganz raus aus dem Privatbereich. Weil dort halte ich es für kategorisch nicht erreichbar. Ich sage aber, im Politischen können wir das erreichen. Dazu müssen wir aber das Politische erstmal konstituieren. Dazu müssen wir erstmal eine politische Gesellschaft ausbilden. Und genau das haben wir in der Neuzeit Moderne schmerzhaft versäumt. Wir leben in privatistischen Gesellschaften ohne die politische Praxis, die es eigentlich bräuchte, um all diese Unterschiedlichkeit, die wir heute gemeinsam sind, aushalten und genießen und uns in ihr zurechtfinden zu können. Wir brauchen die Politik. Wir brauchen die politische Praxis, um mit unserer Unterschiedlichkeit freundlich und respektvoll klarzukommen. Vorrede Ende. Und jetzt mache ich weiter mit Rorty. Und seinen merkwürdigen Auslassungen über das Christentum und seinen Vorschlag, das Christentum weiterzuentwickeln oder umzuverstehen, in einen Anschluss an einen Philosophen, den er sehr verehrt, nämlich John Dewey. So, ich mache jetzt einfach weiter an der Stelle, wo ich im letzten Video der Rorty-Reihe aufgehört habe. Wer die eben angeführten Zitate liest, sollte die Rede von den noch Ungeborenen ebenso beachten wie das Adjektiv fortwährend. Deweys Widerwille gegen die Ewigkeit und die Stabilität, auf die sich der Monotheismus etwas zugute hält, ist so groß, dass er sich nie auf das Universum als Ganzes beziehen kann, ohne uns daran zu erinnern, dass es sich immer noch entwickelt und verändert. Dass es immer noch experimentiert und nach wie vor neue Augen ausbildet, um sich selbst zu betrachten. Und mit den neuen Augen sind unsere gemeint. Das ist fast ein bisschen hegelianisch, also das Universum, das sich durch unsere Augen selbst betrachtet. Ich denke, da ist etwas Hegel eingeflossen, aber das nur am Rande. Die von Wadsworth geschilderte Form des Pantheismus bedeutet Dewey sehr viel. Aber Whitmans Betonung der Zukunft bedeutet ihm noch mehr. Der Pantheismus im Sinne von Wadsworth schützt uns vor dem, was Arnold Hebraismus heißt, denn er macht es, wie Dewey schreibt, unmöglich, das, Zitat, nee, das, kein das, sondern Zitat, das in der abgesonderten und einsamen Seele des Menschen aufgeführte Drama von Sünde und Erlösung als die einzige Sache von höchster Bedeutung zu behandeln. Das war ein sehr langer Satz, deswegen lese ich ihn nochmal. Also, die von Wadsworth geschilderte Form des Pantheismus bedeutet Dewey sehr viel, aber Whitmans Betonung der Zukunft bedeutet, hier müsste, steht nicht ihm, aber müsste stehen, bedeutet ihm noch mehr. Der Pantheismus im Sinne von Wadsworth schützt uns vor dem, was bei Arnold Hebraismus heißt, denn er macht es, wie Dewey schreibt, unmöglich, das in der abgesonderten und einsamen Seele des Menschen aufgeführte Drama von Sünde und Erlösung als die einzige Sache von höchster Bedeutung zu behandeln. Aber Whitman leistet mehr, aus Deweys Sicht und anscheinend auch aus Rottys Sicht. Whitman sagt, dass die nichtmenschliche Natur in einer Gemeinschaft freier Menschen gipfelt, in ihrer Zusammenarbeit beim Aufbau einer Gesellschaft, in der Dichtung und religiöses Empfinden, wie Dewey sagt, die nicht gezüchteten Blumen des Lebens sein werden. Deweys Gott, sein Symbol der Vereinigung des Idealen mit dem Faktischen, sind die Vereinigten Staaten. Gedeutet als Symbol der Aufgeschlossenheit gegenüber der Möglichkeit bislang ungeahnter, immer mannigfaltiger Formen menschlichen Glücks, also in diesem Go West, also die Hoffnung der Europäer auf ein neues gelobtes Land, das sich aber diesmal nicht im Osten Europas befindet, sondern im Westen. Ein Land der ungeahnten Möglichkeiten, ein Land der Zukunft. Das sollte aus europäischer Sicht, aus der Sicht der europäischen Siedler, die ja häufig in ihren Heimaten verfolgt waren, unterdrückt waren oder eher der Unterschicht angehörten oder zumindest also nicht der herrschenden Klasse. Die Unterschicht hat meistens keine Möglichkeit abzuwandern, meistens ist es die Mittelschicht, die die Möglichkeiten hat und auch die Gründe abzuwandern. Also diese Menschen, die europäischen Menschen, die die USA begründet haben, haben diesen Blick auf die USA als ein Land der Zukunft und ein Land der zukünftigen Möglichkeiten geschaffen. Und genau das überhöht Dewey und überhöht auch Rorty ganz bewusst, also im vollen Bewusstsein, dass sie das gerade tun. Und das kommt also jetzt im Weiteren raus. Rorty schreibt nämlich, vieles von dem, was Dewey geschrieben hat, besteht aus endlosen Wiederholungen an der Stelle aus Democratic Whisters, an der Whitman Folgendes schreibt. Das ist jetzt ein Whitman-Zitat. Ich glaube, Amerika zählt, was seine Rechtfertigung und seinen Erfolg anlangt, fast zur Gänze auf die Zukunft. Denn wer wagt es jetzt schon, von einem Erfolg zu reden? Es ist nämlich weit weniger wegen ihrer bisherigen Leistungen oder wegen ihrer jetzigen Gestalt, dass ich unsere neue Welt für bedeutend halte, als wegen ihrer zukünftigen Errungenschaften. So, ich mache eine kurze Anmerkung. Ich teile das überhaupt nicht, und zwar nicht aus Amerika-Feindschaft, sondern aus einem etwas sachlicheren Grund. Ich halte die Form dieser Zukunftsverehrung und Zukunftsüberhöhung und auch Innovationsverehrung für ein Modell, das schon länger an sein Ende gekommen ist, und zwar spätestens dann, als wir die Erde vollständig besiedelt und erschlossen hatten. Ja, das hatten wir schon länger, aber aus europäischer Sicht ist das erst vor kurzer Zeit geschehen. Das ist eine sehr eurozentristische Sichtweise, die ich hier wiedergebe. So, und also spätestens in dem Moment, wo man die Westküste der USA erreicht hatte, war Go West am Ende. Man könnte jetzt noch nach oben gehen, und das versuchen ja auch einige derzeit, so Erschließung des Weltalls. Dem sind aber enge physikalische, materielle und energietechnische Grenzen gesetzt. Also das Modell des Menschen als Welterschließers und Welteroberers ist längst abgeschlossen, aber diese Tradition ist so stark, dass wir sie immer noch weiterzuführen versuchen, obwohl es längst Unsinn ist. Wir leben in einer geschlossenen Welt, nicht in einer Welt, die offen ist für die Zukunft und so, und damit müssen wir klarkommen. Und das zeigt sehr deutlich, dass die rottianische Philosophie, also gerade diese Stelle, eine Philosophie der Vergangenheit ist und gerade nicht eine Philosophie der Zukunft ist, weil die Zukunft gehört dem Umgang mit einem geschlossenen System, in dem Go West überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil wir schon Go West gegangen sind. Also das Problem ist, wir Menschen sozusagen sind ursprünglich Nomaden, wir sind also eine unglaublich expansive Spezies, die immer darauf, also sozusagen in uns arbeitet, ein Motor, der darauf geht, sich neue Räume zu erschließen. Das ist in uns angelegt. Das Problem ist nur, der Raum, in dem wir uns bewegen können, die Erde ist mittlerweile schon erschlossen, ist endlich. Und mit dieser Endlichkeit der Welt kommen wir ganz schlecht klar und da wird uns also ein Ausgang in eine magische Zukunft nicht weiterhelfen. Wir müssen mit der Gegenwart klarkommen, wir müssen also seine Welt schaffen, die ein geschlossenes System ist, dass wir nicht zerstören in unseren Lebensvollzügen, also einfach dadurch, dass wir leben, dass wir sozusagen die Ressourcen kaputt machen, von denen wir abhängen. Wir müssen also sozusagen gute Gärtner der Erde werden, weil der Garten, in dem wir leben, ein Garten ist, von dem wir absolut abhängig sind und der nicht ersetzbar ist. Der Mars kann nicht unsere Ersatzerde werden und auch kein anderer Planet und nichts sonst. Die Erde ist unersetzlich und wir müssen damit klarkommen. Das hat aber unser Go-West-Denken, das zukunftsversessene und Räume erschließende Denken des Menschen, also auch die Grundimpulse, die wir noch aus unserer Nomadenzeit in uns haben, hat das noch nicht realisiert. Und wir tun uns sehr, sehr schwer, diese Gärtner zu werden. Viel eher sind wir sozusagen wirklich als biologische Spezies eine Heuschreckenart. Was meine ich damit? Wir sind dafür gemacht, in einen Landstrich zu kommen, ihn abzufrühstücken und dann weiterzuziehen. Dafür ist der Mensch gemacht. Und das war auch lange überhaupt kein Problem. Das geht nicht gegen den Menschen. Es ist nur eine Anerkennung eines veränderten Systemzustands. Lange war das unproblematisch, weil es gab genügend Räume. Die Menschen waren wenig genug, die Erde war groß genug und das gab es kein Problem. Die Erde ist wieder nachgewachsen. Also wir haben nicht verbrannte Erde hinterlassen, auf der nichts mehr wächst. Wir haben noch keine, was weiß ich, Atommüllcontainer hergestellt, die sich über Jahrmillionen erst abbauen. Und wo, also wenn man die da hinstellt, kein Leben sich daneben erhalten kann. Das war noch nicht der Fall. Sondern wir waren halt, wir haben das abgefrühstückt, sind weitergezogen und die Natur hat sich von uns erholen können, weil wir wenige genug waren und die Erde dafür groß genug war. In einem Zustand, in dem aber acht Milliarden Menschen oder auch sagen wir nur vier Milliarden Menschen auf dem Planeten existieren, ist das nicht mehr so. Wir Menschen sind aber immer noch die gleichen. Wir sind immer noch die gleichen Heuschrecken. Und das ist ein Problem. Wir müssen uns wandeln, wenn wir nicht die Erde so verändern und zerstören wollen, dass wir selber auf ihr nicht mehr existieren können. Das ist das Problem. Und damit hilft uns Rottis Denken erstaunlich wenig. Oder, was heißt erstaunlich wenig? Verständlich wenig. Das ist ein altes Denken. Ein Denken, das noch glaubt, dass es noch Räume gibt. Und dass jetzt, wo also die Erde erschlossen ist, wo überall auf der Erde leben Menschen, es gibt kein Terra Incognita mehr, nicht auf der Erde, versuchen wir auszuweichen in die Zukunft oder ins Weltall. Und das ist zwar menschlich nachvollziehbar, weil diese Impulse in uns sind. Also wenn man Menschen versteht, versteht man, warum wir das tun. Es ist aber trotzdem unproduktiv. Es sind unproduktiv gewordene, natürliche Impulse der Menschheit. Wir kriegen sie nicht los. Das ist Teil von uns. Trotzdem sind sie problematisch. Angesichts unserer veränderten Situation. Angesichts unseres, man könnte sagen, evolutionären Erfolgs, dass wir uns so weit ausbreiten und so viele werden konnten. Das ist ja ein evolutiver Erfolg. Aus biologischer Sicht sind wir eine unglaublich erfolgreiche Spezies. Ganz schlicht einfach deswegen, weil wir so viele sind. Es generiert aber neuartige Probleme, auf die wir nicht vorbereitet sind, nicht von Natur aus. Damit können wir nicht umgehen. Stattdessen wollen wir immer weiter expansiv Welt erschließen, Welt erschließen, Welt erschließen. Die Welt ist aber endlich. Und damit kommen wir nicht klar. Und Rorty mit seiner Philosophie kommt ganz besonders schlecht damit klar. Amerika ist ein ganz besonders schlecht geeignetes Land, als Modell für die Zukunft zu gelten, aufgrund seiner Historie der eben Go-West-Geschichte und Welterschließungsgeschichte. Amerika ist genau das Land, das es überhaupt nicht drauf hat, mit Geschlossenheit der Welt klarzukommen, weil so Amerika nicht entstanden ist. Also der Staat Amerika natürlich. Und das hoffe ich, wird richtig gehört, ist kein Anti-Amerikanismus. Es ist eine nüchterne Anerkennung von Mindsets, die in unserer gegenwärtigen Weltsituation, Menschheitssituation hilfreich sind und welche, die weniger hilfreich sind. Und da gibt es also einen recht versöhnlichen Ansatz, den ich vor Jahren, hat ja mal mein Gehirn gestreift, woher auch immer das kam, dieser merkwürdige Impuls. Es gibt eine Art, eine Art sehr, sehr guten Ausgleich zu finden zwischen etwas, was man nennen könnte Konservatismus und Progressismus oder Innovationismus. Und also Rorty ist ein offensiver Progressist oder Innovationist, also sozusagen, er greift stets Partei für das Neue und das ist einfach eine dumme Idee. Nicht alles Neue ist gut, weil es neu ist. Ja, wir sollten keine reinen Dopamin-Junkies sein. So, und es gibt also sozusagen einen produktiveren Ansatz mit der Frage, was ist erhaltenswert und was ist verändernswert, umzugehen, ohne darüber Konservatisten oder Progressisten zu werden. Ja, sondern einen sehr viel freundlicheren, nüchterneren, auch menschlicheren Zugang, damit, einen Umgang damit zu haben, was ist erhaltenswert und was ist verändernswert. Ja, nicht alle Dinge sind per se erhaltenswert, die da sind und nicht alle Dinge, die da sind, sind aus sich heraus veränderungswürdig. Ja, das ist all beides großer Unsinn und es gibt aber eine ganz gute Mittelposition, also eigentlich ist es gar keine Mittelposition, einen ganz anders gearteten Ansatz, mit diesem Problem umzugehen, von dem Rorty aber nichts weiß und auch nichts hören wollte. Ja, also das, was den Zugang dazu erschließt, zu diesem produktiven Umgang, hat er sich willkürlich mit Vorsatz verschlossen. Ja, also das ist nicht nur etwas, was Rorty aus Zufällen nicht kennt, sondern ein Weg, den er gezielt nicht geht, der hat aber sehr ungute Folgen. Das habe ich verwurstelt in einem merkwürdigen Artikel, der Artikel hat den Titel Der gute Konservative, den werde ich unter diesem Video verlinken. Da geht es um diesen anders gearteten Ansatz mit dem Neuen und dem Alten. So, den Rorty nicht kennt und sich selbst verschließt. So, jetzt aber zurück zu Rortys an Dewey angelehnte Amerika-Überhöhung. So viel zu meiner Gegenüberstellung von James und Dewey, schreibt er jetzt abschließend zu diesem Absatz und zu meiner These, Dewey sei der bessere Vertreter einer in angemessener Form pragmatistischen Religionsphilosophie. Also Pragmatismus ist diese bestimmte philosophische Richtung, für die Rorty steht. Für die auch James steht und Dewey steht. Und er sagt, unter den Pragmatisten sollten wir, sagt er, sagt Rorty, unter den Pragmatisten sollten wir beim Thema Religion eher bei Dewey ansetzen und nicht bei James. Abschließend werde ich mich bemühen, auf Deweys neuesten Kritiker, Alan Ryan, zu antworten. Ryan ist ebenso wie Sidney Hook der Überzeugung, dass Dewey das Wort Gott zu weit auszudehnen versucht. So, jetzt kommen Passagen, die mich eigentlich kaum interessieren. Ich werde sie trotzdem lesen. Meine Frage wäre dann eher kritisch, warum ist das für Rorty so wichtig, was jetzt kommt? Warum hat er das Bedürfnis, auf jemand wie Alan Ryan überhaupt einzugehen? Was bewegt ihn daran? Das ist eine Frage letztlich an den Menschen, Rorty, der leider nicht mehr existiert, 2007 gestorben, wie gesagt. Aber sozusagen die Frage für mich ist, was bewegt Rorty, wenn er auf dem so viel Raum gibt, wenn er dem so viel Aufmerksamkeit schenkt? Was reitet ihn da? Was treibt ihn da? Was sind seine Bedürfnisse dahinter, dass er das tut? Das sind die Fragen, die mich wirklich bewegen. Die Passagen selber, die jetzt kommen, finde ich, zumindest beim mehrmaligen Überfliegen kam es mir so vor, völlig uninteressant für mich. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, solche Fragen zu stellen und solche Ausführungen zu machen, weil mir ist das Pille-Palle. Vielleicht jetzt beim genaueren Lesen oder im Zuge dieser Videos ändert sich nochmal was und ich entdecke doch irgendwas, was auch mir wichtig ist, im Guten oder im Schlechten, aber bisher war dem nicht so. Aber schauen wir trotzdem mal zu, was passiert. Rorty schreibt folgendes. Ryan ist ebenso wie Sidney Hooke der Überzeugung, dass Dewey das Wort Gott zu weit auszudehnen versucht. Gegen Ende seiner Erörterung von Deweys Deutung der Religion schreibt Ryan folgendes. Jetzt kommt ein Ryan-Zitat. Als jemand, der einen aggressiven Atheismus vertritt, bin ich nicht davon überzeugt, dass die Nützlichkeit solcher Redeweisen wirklich von Belang ist. Wir haben also eine Dewey-kritische, aus atheistischer Sicht kritische Perspektive von diesem Typen, den ich nicht kenne, diesem Alan Ryan. Also Alan Ryan sagt, ich bin aggressiver Atheist und als aggressiver Atheist überzeugt mich das, was Dewey da macht, nicht oder ich halte es für problematisch. Also nochmal, als jemand, der einen aggressiven Atheismus vertritt, bin ich nicht davon überzeugt, dass die Nützlichkeit solcher Redeweisen wirklich von Belang ist, wenn es um ihre Wahrheit geht. Um es unfreundlich zu formulieren, könnte man Dewey vorwerfen, er wolle über den sozialen Wert des religiösen Glaubens verfügen, ohne dazu bereit zu sein, den erkenntnistheoretischen Preis dafür zu bezahlen. Um es weniger unfreundlich zu formulieren, dürfen wir uns fragen, ob es wirklich möglich ist, von einem religiösen Vokabular Gebrauch zu machen, ohne die Auswüchse der supranaturalistischen Überzeugungen, die Dewey loswerden möchte, in Kauf zu nehmen. Also er sagt, Dewey versucht, etwas zu trennen, was möglicherweise gar nicht trennbar ist. Er versucht also sozusagen eine Scheidelinie zu ziehen, innerhalb des religiösen oder des Glaubens und da etwas mitzunehmen und etwas anderes zurückzulassen oder abzustreifen und das funktioniert nicht. Man kann sich nur für das ganze Paket entscheiden, man kann das Paket nicht aufmachen und da einige Dinge rausnehmen und andere drin lassen. Das ist die Kritik von Ryan, wenn ich sie richtig verstehe. An anderer Stelle konkretisiert Ryan diese Zweifel und sagt, Dewey habe sich hinsichtlich der religiösen Einstellung einfach geirrt, denn er habe nicht erkannt, dass das Gefühl der menschlichen Endlichkeit und der angemessene Selbstzweifel, den die Lehre von der Erbssünde erfasst und vielleicht verleumdet, zu den besonders ernstzunehmenden Merkmalen des herkömmlichen religiösen Glaubens gehören. Also sozusagen gewisse Bagatellisierungen, die bei Dewey zu finden sind, sind einfach der Kernbestand des Religiösen, so seine Behauptung, so Ryans Behauptung. Engagierte Pragmatisten wie ich selbst würden nicht einmal im Traum daran denken, zwischen der Nützlichkeit einer Ausdrucksweise und ihrer Wahrheit zu entscheiden. Also das ist jetzt pragmatistische Fundamentalkritik an dem, was Ryan gerade gesagt hat. Also sozusagen diese Kritik verbietet sich in sich selbst. Kein Pragmatist würde so vorgehen. Und ebenso wenig würden wir Pragmatisten uns ausmalen, dass jede Überzeugung mit einem erkenntnistheoretischen Preisschild daherkommt. Es stimmt uns traurig, dass Ryan, nachdem er die 37 Bände des Gesamtwerks von John Dewey durchgeackert hat, den Streitpunkt zwischen Dewey und seinen religiösen Kritikern immer noch wie folgt beschreiben kann. Also es macht Rorty traurig. Das ist eine sehr kleine Anmerkung, das ist sehr interessant, eigentlich ein Metakommentar. Also, wir haben folgendes vor uns. ein Mensch namens Alan Ryan hat sich Zeit genommen, sehr viel Zeit genommen mit dem Werk von John Dewey. Und nachdem er sich also sehr viel Aufmerksamkeit Dewey geschenkt hat, diese 37, wie Rorty schreibt, 37 Bände durchgeackert hat, kommt er immer noch zu Aussagen, die sich aus Rortys Sicht verbieten, nachdem man 37, diese 37 Werke, 37 Bände des Gesamtwerks von John Dewey gelesen hat. Also sozusagen Rortys Vorstellung ist, wenn du Dewey liest, dann verändert es dich automatisch so, dass du bestimmte Dinge nicht mehr machen kannst und wenn es aber nicht passiert, ist Rorty traurig. Das sage ich nicht, um ihn zu verhöhnen oder mich drüber lustig zu machen, sondern um auf einen allgemeinen Sachverhalt hinzuweisen und der Sachverhalt ist, dass Bücher uns nicht regelhaft in bestimmter Weise verändern können. Und das wird heute aber immer noch erwartet. Also wir haben immer noch die Erwartung, dass Schrift und hier haben wir also einen besonderen Fall, 37 Bände, ein ganzes Werk, aber sagen wir auch ein einziger einzelner Aufsatz oder ein einzelnes Buch Menschen in regelhafter Weise verändern könne und das ist eine Überschätzung der Möglichkeiten von Schrift, das ist eine Überschätzung der körperentkoppelten Form von Sprache. Was heißt körperentkoppelt? Wir sind nicht gemeinsam im Raum. Also man muss sich immer wieder klar machen, die menschliche Sprache hat sich in einem Kontext entwickelt, wo sie sich nicht von unserem Körper entkoppeln konnte. Das heißt, der Sprecher war immer anwesend. Wir waren in einem Raum zusammen und wenn wir nicht in einem Raum zusammen waren, konnten wir einander nicht hören. Also Sprechen war immer angebunden an menschliche Körper. Seit Erfindung der Schrift und seit Erfindung der Medialität, also natürlich noch mehr seit Erfindung des Fernsehens, des Radios, des Internets, hat sich die Sprache von unseren Körpern gelöst. Aber ursprünglich hat sich Sprache nie von den Körpern, von Menschen gelöst und wir sind biologisch, psychologisch nicht darauf eingestellt, dass sich Sprache von Körpern lösen kann. Und daher kommen sehr viele irreale Erwartungen an die Sprache, weil wir sozusagen unbewusst immer noch die Effekte erwarten, die Sprache haben kann, wenn der Mensch mit einem in einem Raum ist, also wenn es sozusagen nicht körperentkoppelt ist, unmittelbares Sprechen. Die gleichen Erwartungen haben wir an das öffentliche Sprechen, also an Sprache zum Beispiel wie in diesem Video oder an Texte, die wir schreiben oder lesen oder Bücher oder ganze Werke wie bei Jui, dass das die gleichen Effekte hätte. Hat es aber nicht. Und wir sozusagen projizieren die ganze Zeit in das öffentliche Sprechen, in das körperentkoppelte Sprechen, Mechanismen hinein, die der Fall sind, wenn der Körper anderer Menschen und unser eigener Körper im Geschehen involviert ist und anwesend ist. Und das ist ein großes, großes Problem, dass wir so große Probleme haben, zu begreifen, dass öffentliches Sprechen und unmittelbares Sprechen kategorial zwei so unterschiedliche Fälle sind, vor allem wenn es um Wirkung geht. Und Rorty geht es hier gerade um Wirkung. Er ist traurig, dass das Durchackern des Werks von John Dewey nicht die Wirkung hat, die er davon erwartet. Das ist aber ein Standardfall. Die ganze Zeit passiert das, dass es nicht die Wirkung hat. Und also sehr viele Philosophen, Intellektuelle, Politiker leiden darunter, dass Sprache nicht so wirkt, wie sie es erwarten. Naja, irgendwann muss man dann mal einen Strich drunter machen, muss Inventur machen und muss sagen, ja okay, wir liegen mit unserer Erwartung die ganze Zeit falsch, vielleicht stimmt ja mit unserer Erwartung was nicht. Aber das passiert nicht. Die Leute erwarten einfach immer weiter und sind immer neu enttäuscht, dass öffentliches Sprechen nicht das bewirken kann, was es halt nicht bewirken kann. Ja, irgendwann wird's witzlos. Irgendwann muss man dann sagen, okay, ja, Sprache ist toll, Öffentlichkeit ist toll, Medialität ist toll, Buchdruck ist toll, Internet ist toll, alles toll, aber bestimmte Dinge kann das halt nicht leisten. Und wenn wir es weiter davon erwarten, gegen unsere Erfahrungen, dann ist irgendwas mit uns komisch, dass wir diese Erwartung nicht revidieren, obwohl die Evidenz die ganze Zeit dem widerspricht, obwohl wir die ganze Zeit enttäuscht sind. Also wenn die ganze Zeit enttäuscht bist, irgendwann wird's gaga, ja, was weiß ich, in meinem anderen Fall, ich hab immer wieder unproduktive Gespräche mit meinem Chef oder meiner Chefin und die hab ich schon hundertmal gehabt und jetzt geh ich noch ein hunderteinstes, hunderterstes Mal hin und erwarte, dass irgendwas anders ist. Irgendwann wird's witzlos, irgendwann würde jeder gesunde Mensch den Strich drunter machen und sagen, wahrscheinlich bringt's das nichts, bringt's das nicht in diesem Verhältnis, so wie der Chef ist oder so wie die Hierarchie ist oder so wie das Verhältnis ist oder so wie diese Firma ist, wird nie was anderes passieren als das, was ich schon hundertmal erlebt habe. Irgendwann ist es dran, die eigenen Erfahrungen ernst zu nehmen. Das ist auch bezogen auf unsere Erwartungen an öffentliches Sprechen, an körperentkoppeltes Sprechen. Also wir sind da einfach ein bisschen gaga, ein bisschen verrückt, ja, gemäß dieses komischen Satzes. Eine Definition von Wahnsinn ist, die immer gleichen Dinge zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, wir haben immer die gleichen Erwartungen an öffentliches Sprechen und sie erfüllen sich konstant nicht, aber wir revidieren nicht die Erwartungen. Das ist auf eine gewisse Weise wirklich verrückt oder wahnsinnig, was wir da tun. Und diesen Wahnsinn finde ich ja auch deswegen dieser kurze Einschub dieser Meta-Kommentar, obwohl es hier um was ganz anderes geht. Zurück zu Text. Und Rottys Traurigkeit, dass die Lektüre von John Dewey Alan Ryan nicht in einer Weise verändert hat, die es um ihm unmöglich macht, Folgendes zu sagen, und jetzt kommt wieder ein Alan Ryan Zitat, das eben Rottie traurig macht. Unser Weltverständnis lernen wir zwar in einer Gemeinschaft und durch den Gebrauch der Ressourcen einer Kultur, aber dennoch kommen wir nicht umhin zu fragen, ob unsere Interpretation der Welt richtig ist. Also das hält Alan Ryan für eine unabweisbare Frage und Rottie sagt, genau das ist die Frage, die Pragmatisten, also John Dewey und er selber abweisen wollen. Ja, und da kann man schon mal traurig werden. Jetzt geht's weiter mit dem Ryan Zitat. Dass wir die Welt durch unsere Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft zu interpretieren lernen, beantwortet nicht die Frage, ob das, was wir über die Welt sagen, keine Darstellung des wirklichen So-Seins der Welt ist, sondern eine massenhafte Projektion unserer Hoffnungen, Ängste und allen möglichen anderen. Also was Alan Ryan nach meinen Worten offen halten will, ist die Position des kollektiven Wahnsinns, ganzer Gesellschaften, ganzer Kulturen, die falsch liegen können. Das will er machen, indem er sagt, es gibt eine wirkliche Wirklichkeit und von der können wir eben uns abkoppeln oder zu wenig in Kontakt sein oder zu wenig berücksichtigen. Sozusagen er hat noch eine Position in seinem Denken bereit für den platonischen Realismus, könnte man das nennen. Und genau diesen platonischen Realismus, diesen Bezug auf eine autoritative Wirklichkeit, die unsere Aussagen wahr macht, das, was Rorty Korrespondenztheorie der Wahrheit nennt, genau das möchte Rorty zusammen mit Dewey zerstören. Und deswegen macht es ihn traurig, dass jetzt also praktisch Ryan genau das nicht tut, was er hätte. Wie macht das Rorty? Das zeigt er uns jetzt gleich. Also sozusagen, das ist sozusagen mit anderen Worten das, was er selber gleich sagen wird. Rorty ist durchaus dafür offen, dass es so etwas geben kann, wie kollektiven Wahnsinn. Aber dieser kollektive Wahnsinn ist für ihn nicht, dass sozusagen der eine mit der Realität näher in Kontakt ist und der andere weniger, sondern es gibt bessere kulturelle Praktiken, die unseren Bedürfnissen besser bedienen, besser befriedigen. Ja, das ist Wahnsinn. Also sozusagen, bei Rorty ist sozusagen die Gegeneinanderhaltung nicht Kultur versus Natur oder Meinung versus Realität, ja, oder Meinung versus Wahrheit, sondern es sind zwei verschiedene Praktiken, die auf der gleichen Ebene stehen und darum konkurrieren, nützlicher zu sein, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, und dann ist Wahnsinn durchaus immer noch denkbar. Also man kann immer noch die Kategorie des Verrückten, auch des kollektiven Wahnsinns, des gesellschaftlichen Wahnsinns behalten. Das bedeutet aber dann nichts anderes als, andere bessere Techniken, kulturelle Praktiken stehen zur Verfügung, werden von uns aber willkürlich nicht benutzt. Ja, also so denkt das Rorty. Also das ist eine Konkurrenz der, keine Ahnung, Techniken, kultureme, Meme der kulturellen Praktiken, die nebeneinander stehen und die eine ist halt offensichtlich wohltuender und nützlicher für uns Menschen, wir nutzen aber die andere und wenn es also eine bessere gibt, die bereits zur Verfügung steht, dann ist die andere zu nutzen verrückt. Ja, und so kann er also seinen Verzicht auf den Begriff der Realität oder der Wahrheit kompensieren. Ryan macht es hier aber in traditioneller platonischer Manier, dass er sagt, ja, Kultur schön und gut und wir lernen das in einer Gesellschaft so, aber trotzdem muss ja wohl die Frage stellbar sein, ob nicht eine ganze Gesellschaft von der Wahrheit und der Realität abweichen kann und genau diese Frage möchte Rorty abweisen, gezielt abweisen. Er möchte es unmöglich machen, überhaupt noch so zu denken und so zu sprechen und das ist halt Jui zumindest in dem Fall nicht gelungen, ob es überhaupt je gelingen kann, diesen Aspekt des Platonismus wohl loszuwerden. Ich habe Zweifel. Also ich halte Rortys und vielleicht auch Juis Projekt von einer Realität an sich nicht mehr zu reden, von einer vom Menschen unabhängigen Wirklichkeit für ein Projekt, das wahrscheinlich nicht niemals in breiter Flur erfolgreich werden kann. Und das macht Rorty traurig. Gut, jetzt mache ich mich doch ein bisschen lustig. Tut mir leid. So, es geht halt auch anders. Man muss nicht da in Rortys Fahrwasser gehen. Man kann mit diesen Problemen, die Rorty durchaus richtig sieht, auch anders umgehen. Es gibt andere Lösungen dafür, die eine etwas höhere Chance auf Realisierung und allgemeine Ausbreitung haben. Aber das nur am Rande. So, Rorty kommentiert jetzt diese Passage, die ich gerade vorhin gelesen habe von Alan Ryan, also mit diesen massenhaften Projektionen und so weiter folgendermaßen. Rorty schreibt dazu. Wir, die wir uns in höherem Maß als Ryan von Jui haben überzeugen lassen, sind der Ansicht, diese letzte Frage sei derart, dass ihre Beantwortung keinen praktischen Unterschied machen kann, weshalb die Frage erst gar nicht gestellt werden sollte. Die einzige Form der Frage, die wir akzeptieren, lautet, kennt irgendeine andere Gemeinschaft, eine andere Kultur oder eine andere geniale Einzelperson eine Weltbeschreibung, die unserer gemeinschaftlichen oder individuellen Zwecken besser entspricht, also unseren Bedürfnissen besser dient. Doch diese philosophische Auseinandersetzung ist ohne Belang, was die Beantwortung von Ryans Frage betrifft, ob es, Zitat, möglich ist, von einem religiösen Vokabular Gebrauch zu machen, ohne die Auswüchse der supranaturalistischen Überzeugung, die Dewey loswerden möchte, in Kauf zu nehmen. Hier ist man versucht zu antworten, es sei nicht nur möglich, sondern wirklich, Dewey habe es bereits vollbracht. Also sozusagen, was Rorty, Ryan vorwirft, ist folgendes, dass er sozusagen die Leistung, was Dewey bereits geleistet hat, einfach nicht versteht oder erkennt oder anerkennt. Also Dewey hat bereits getrennt, also innerhalb des Religiösen, wovon Ryan behauptet, es sei untrennbar. Ja, man könnte ja nur das ganze Paket kaufen. und bereits, Rorty sagt jetzt, Dewey hat das Paket bereits aufgemacht und hat es bereits getrennt. Das heißt, er hat die Nützlichen von den Unnützen, die Wertvollen für uns, von den von uns wertlosen Dingen getrennt und hat so, also sozusagen das Religiöse bereits geläutert und gereinigt, indem er aussortiert hat, was wir nicht mit in die Zukunft, nicht mit in unsere gegenwärtigen zukunftsformenden Praktiken mitnehmen oder übernehmen sollten. Das hat Dewey bereits getan, aber Ryan sagt einfach, nee, das geht nicht. Was Dewey aber bereits getan hat. Das ist Rortys Vorwurf an Ryans Adresse. Aber natürlich meint Ryan nicht möglich, sondern er meint legitim. Ja, er reformuliert jetzt das, was Ryan sagt. Nach Ryans Überzeugung hat sich Dewey hinsichtlich der religiösen Einstellung einfach geirrt und zwar nicht bloß deshalb, weil sein Gefühl der menschlichen Endlichkeit nicht angemessen und seine Selbstzweifel nicht ausreichend sind. Vermutlich meint Ryan, genauso wie man ohne die Königin wohl kaum Schach spielen kann, so könnte man wahrscheinlich auch keine religiöse Einstellung haben, ohne zu glauben, dass es eine nicht mit uns selbst identische und in derselben Kausaladlung wie die Kometen und die Quarks lokalisierte Kraft gibt, die auf Gerechtigkeit zusteuert. Ja, also kannst du nicht die Königin aus dem Spiel nehmen und das Spiel weiterspielen. Und Rorty sagt, das ist bereits passiert. Wir haben die Königin bereits vom Feld genommen und das Spiel sieht so viel interessanter aus ohne Königin. Sehr viel besser, sehr viel wohltuender. Der große Unterschied zwischen Ryan und mir im Hinblick auf das, was nach unserem Eindruck an der Religion wichtig ist, liegt jedoch darin, dass aus seiner Sicht ein Gefühl der Sündigkeit und der notwendigen Unterlegenheit des Endlichen und Menschlichen gegenüber dem Unendlichen und Nichtmenschlichen eine notwendige Bedingung dafür ist, dass man eine Einstellung als religiöse bezeichnen kann. Also hier die Aussage, wenn das nicht drin vorkommt, was er hier gerade bezeichnet hat, ist es keine Religion. Also nochmal, was ist für Religion essentiell und unverzichtbar? Ein Gefühl der Sündigkeit und der notwendigen Unterlegenheit des Endlichen und Menschlichen gegenüber dem Unendlichen und Nichtmenschlichen. Ja, wenn das nicht vorkommt, ist es keine Religion. Meint Ryan und Rorty meint, nö, wir können auf das verzichten und trotzdem noch Religion haben und zwar dann ist es eine sehr viel bessere Religion und das bezieht er eben auch aufs Christentum, er hält eben das Christentum für läuterbar, für reinigbar von genau dieser Vorstellung. Also es wäre ein anderes Christentum als das, was es bisher gibt, was wir bisher kennengelernt haben, außer wir haben ganz viel John Dewey gelesen, dann kennen wir es möglicherweise schon. Ich zum Beispiel habe nicht ganz viel John Dewey gelesen. Ich habe wegen Rorty ein paar Dewey Bücher im Keller, die ich mal versucht habe anzulesen und dann hat es mich nicht gekickt und dann habe ich sie liegen lassen und nicht weitergelesen. So sieht die Lage bezogen auf John Dewey bei mir aus. Aus meiner Sicht schreitet das Christentum auf einem Weg voran, schreibt jetzt Rorty weiter, der von einer Form der Religion, in der die Begriffe des Gehorsams, der Sünde und der Unsterblichkeit im Mittelpunkt stehen, zu einer Form der Religion hinführt, in der diese Begriffe so gut wie verschwunden sind. Also es wäre ein Christentum, das kaum mehr etwas wissen will von Gehorsam, von Sünde und von Unsterblichkeit, sondern von anderen Dingen ganz viel wissen will. Also ein Christentum, das auf anderes fokussiert, das andere Bestandteile seiner selbst für zentrale Bestandteile hält, für Kernbestände. Das auf anderes fokussiert oder anderes an sich selbst wichtiger nimmt und Dinge, die im Kontext von christlicher Religion früher sehr wichtig genommen wurden, ins Museum stellt und sagt, ja, das fanden wir früher mal sehr wichtig, aber jetzt hat es sich verändert. Das ist Rottis Vorschlag. Von christlicher Seite ist der freilich nie sonderlich beherzigte Hinweis gegeben worden, die einzige Form des Gehorsams, die Gott von uns erwarte, sei die, dass wir einander lieben. Also hier, ich habe ja ein paar Videos vorher schon in den Kritik an diesem Zugang von Rotti und Dewey geäußert, hier wischt Rotti meine Kritik, die ich geäußert habe, beiseite, vorausschauenderweise. Also er sagt, dass das Christentum faktisch auch innerchristlich nicht gerade als Religion der Liebe bezeichnet werden kann, sondern spätestens seit dem dritten, vierten Jahrhundert selbst als ein sehr gewalttätiges Geschehen sich darstellt, in dem immer halt wieder zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen, den verschiedenen Konfessionen, den verschiedenen Strömungen innerhalb des Christentums extrem viel Gewalt gegeneinander ausgeübt wurde. Augustinus gegen die Donatisten, die Bartholomeusnacht, die europäischen Religionskriege, ja, also riesige Gemetzel wegen der Religion in Europa, das spricht nicht gegen das, was er als geläutertes Christentum eben für möglich hält, weil er sagt, das ist ein Christentum, das sich einfach noch nicht realisiert hat. Ein Christentum, das in der Zukunft liegt und das sich also in der Vergangenheit nicht realisiert hat, spricht nicht gegen diesen Zugang und nicht gegen diese Fähigkeit, sich zu wandeln. Die Vergangenheit ist kein Argument gegen eine mögliche, ganz anders geartete Zukunft des Christentums, ja, dass das Christentum eine eigene, ganz lebendige, innerchristliche Gewaltgeschichte hat, heißt nicht, dass das Christentum sich nicht so wandeln könnte, dass es eben zu dem Christentum wird, das Rorty propagiert und vor Augen hat. Das ist das, was Rorty sagt. Das ist nicht meine Meinung, ich gebe sie hier nur wieder und rekonstruiere sie. Und das also wischt frühere Kritik, also die ich ein paar Videos vorher geäußert habe, durchaus beiseite. Kann ich anerkennen, dass Rorty das also antizipiert hat. Gottesverehrung bestehe gerade darin, dass wir einander freundlich behandeln und aufgrund dieser Freundlichkeit mit keiner Belohnung rechnen sollten, außer der, dass sich die anderen uns gegenüber genau so entgegenkommend verhalten. Und ich bin jetzt sehr glücklich an dieser Stelle, weil ich jetzt so viel Rortys Kritisches auch gesagt habe, muss ich jetzt hier mal loben, aber aus meiner natürlich ganz subjektiven Sicht, das bin nur ich, ich liebe es, dass hier der Begriff der Freundlichkeit benutzt wird. Ich könnte sehr gut den Begriff der Liebe weglassen, den Rorty hier an dieser Stelle benutzt, also vorher benutzt. Das wäre für mich kein Verlust, wenn er hier nicht von Liebe sprechen würde. Das ist deswegen so, weil ich mich von tatsächlich von Brian Hare und Vanessa Woods, von diesen beiden Bonobo-Forschern und Primatologen, Anthropologen habe bekehren lassen, dass der Begriff der Freundlichkeit ein zentraler Begriff der menschlichen Evolution ist. Und das sich gerade mit Bezug auf Freundlichkeit, also freundlicher, weniger freundlich, mehr freundlicher, sehr viel begreifen lässt. Und dass Freundlichkeit auch der Begriff ist, der gegenüber dem Begriff der Toleranz hochgradig überlegen ist. Also wenn man sich heute fragt, wovon brauchen wir mehr in der Gesellschaft, dann ist es eben nicht Toleranz, sondern es ist mehr Freundlichkeit. Und die eigentliche Frage, die auch eigentliche politische Frage, die eigentliche Frage, die wir uns verfassungstechnisch stellen sollten, also mit Blick auf, wie verfassen wir den Staat, wie konstituieren wir überhaupt Gesellschaft, ist die, wie wir die Freundlichkeit zwischen uns Menschen steigern können. Das ist die eigentliche Frage und deswegen macht es mich sehr glücklich, dass an dieser Passage Rorty von Freundlichkeit redet, statt von Liebe oder von Toleranz. Es scheint mir die vielversprechendere, begriffliche Wahl zu sein. Zumindest kommt es mir seit ein paar Jahren vor, seitdem ich einige Dinge zur Kenntnis genommen habe und verarbeitet habe, die von Vanessa Woods und Brian Hare ausgehen und sich eben eher mit Affenforschung, Menschenforschung, wissenschaftlicher, evolutionärer Anthropologie befassen, wo dann plötzlich der Begriff der Freundlichkeit im Zentrum steht und das scheint mir eine sehr, sehr glückliche, sehr, sehr stimmige, sehr, sehr treffende Wahl zu sein, die ich von diesen beiden wissenschaftlichen Autoren, Brian Hare und Vanessa Woods, übernommen habe und die mich zu einigem neuartigen Denken angeregt hat. Hier nochmal Werbung für die beiden, wenn ihr das lesen könnt. Das zentrale Buch heißt im Englischen Survival of the Friendliest. So, und es gibt eben tolle Videos, die ich hier auch ständig verlinke von Vanessa Woods und Brian Hare auf YouTube. Kann man sich suchen und finden und ich weiß nicht, ob man dann meine Begeisterung teilen will. Ich habe ja am Anfang gerade dieses Videos von diesen geteilten und nicht geteilten Begeisterungen einiges gesagt, was ich trotzdem für allgemeingültig halte. Also nur weil ich mich für Brian Hare und Vanessa Woods begeistere, muss das kein anderer Mensch auf dem Planeten tun. Ich bin nicht der Freund der Errichtung eines neuartigen Kanons, wo man dann dieses oder jenes kennen muss. Das halte ich gar nicht für erstrebenswert oder zweckmäßig oder möglich. Ich halte es für erstrebenswert, dass wir damit klarkommen, freundlich damit klarkommen, dass wir alle verschiedene Kanons haben. Und das wirft natürlich den Begriff des Kanons ad absurdum, weil ein Kanon genau etwas ist, das alle kennen müssen. und insofern hat jeder Mensch so seine heiß geliebten Autoren, seine heiß geliebten was weiß ich, Priester, die er irgendwie sagt, das ist ganz, ganz wertvoll für mich, aber das ist halt für den anderen Quark oder unwichtig oder egal oder er kennt es gar nicht oder er verachtet es oder er findet es ganz schlimm oder sogar gefährlich. Und das ist aber genau das, was dem anderen ganz, ganz wichtig erscheint. Und mit dieser Situation, die heute eine allgemeine Menschheits-, eine allgemeine Gesellschaftssituation ist, müssen wir klarkommen. Und die Frage ist eben, kommen wir damit besser klar, wenn wir uns in Toleranz üben oder wenn wir eine Praxis, eine politische Praxis der Freundlichkeit zwischen uns errichten. Das ist die Frage, die es heute zu entscheiden gilt, verfassungsmäßig, verfassungstechnisch. Ceterum censio, Isonomia am Essesortiendam, im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.